Hallöchen, zurück bei Fahrenheit. Tyler hat gerade 100 Dollar gewonnen. Wir haben festgestellt, dass Tyler und der Jeffrey, ich glaube der heißt Jeffrey, Freunde sind. Es ist immer so wichtig, dass der Charakter sich fast schon wieder den Namen vergessen habe. Und jetzt geht es weiter mit Lucas, haben wir lang nicht mehr gespielt. Agathas Haus. Ich weiß leider nicht, naja egal, wir finden ja aus, wer Agatha ist. Hier ist es. Ja. Vielleicht nochmal. Ähm, wie fest mit dem Reingehen? Die Tür ist bestimmt, ah, die Tür ist einfach auf. Na gut. Ist es jemand hier? Ach, das ist diese komische Wahrsagerin, wo wir hin sollten. Na ja, gut. Ein altes Waldstuhl. Hm, der Kühlschrank ist immer noch heiß. Ein altes Sink. Ein altes Frisch. Nichts in particular. Ja, ja gut. Der Kühlschrank ist neu. So. Warum hat die ihre Haustür einfach so auf? Oder ist das einfach nur so eine Art Geschäftsraum? Was? Sind das... Sind das Kröhe in den Kühlschrank? Sag mir bloß nicht, der Rabe, der da auf unserem Balkon saß, der ist von hier. Komm schon, da war doch irgendwas. Da konnte man irgendwas angucken. Ein altes Wicker-Werk-Käste von Draweren. Okay. Ja, die Hälfte hier scheint ja alt zu sein. Aber... ... mehr von den Raben will ich gar nicht wissen eigentlich. So, raus aus dem Raum. Vielleicht finden wir die Frau ja... ... in dem einzigen verbliebenen Raum. Ist jemand at home? Guten Tag. Okay, noch mehr Räume. Kandelstücke... ... und eine alte Grimoire. Eine wunderschöne Atmosphäre. Drei Mal gucken... Na mal gucken, wer hier ist. Schläft hier echt vor... Oh. Du bist Agatha? Warum willst du mit Agatha sprechen? Mein Name ist Lucas Cain. Ich habe ein Problem und muss es zu sprechen. Ein Problem? And who on earth doesn't have problems? One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Ja, gut, okay. Wahrscheinlich meint ihr sie jetzt den ersten Raum, ne? Ich sehe keine weiteren Türen mehr. So, mal gucken, ob die mir bei den Vögeln ein bisschen mehr sagen kann. Aber dass die blind ist, zeigt das schon mal zumindest, dass sie die Tür besser abschließen sollte. So, ja. Die Zähne ist so ein ungewöhnlicher Tier. Sie kann seine ganze Leben in einem Schiff, aber noch immer weiter singen. Was bringt dich hier, junger Mensch? Sag mir, was ist dein Schiff? Nein. Ja, ist ja klar. Seeds. Okay. Wahrscheinlich jeden Einzelnen, ne? Na, guck mal. Vielleicht haben wir ja genug. So. Ja, in dem hinteren Käfig müsste da auch noch einer sitzen, eigentlich, oder? Ja. Na gut, egal. Äh, ja, den hinteren kriege ich immer nicht hin. Okay, reicht das schon? Auslöseroffenbarungen. Äh. Ja, ich sehe Dinge, als ob die Realität in fronte me war deforming, becoming horrible. Äh. Ja. 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 Lieber Gott. Was bedeutet das? Es gibt nur einen Weg, um mich sicher zu sein. Bitte, steck mich in die Sitze. Komm, sag einfach, alles ist in Ordnung und das hört morgen auf. Du findest einige Kerstellen in einer der Kerstellen. Geh sie und platz sie in die Kerstellen. Es sollten einige Kerstellen sein. Geh sie und leid die Kerstellen. Über die nicht abgeschlossene Tür will ich nicht weiterreden. Eine Kerze haben wir. Ne, es sind sogar mehrere. Hä? Okay. Uh. Kerstellen. Eine kerstellen Kerze. Nein, du sollst hier hinlaufen, ja. So. Such weitere Kerzen. Okay, geht nicht. Irgendwie... Da steckt nur eine drin jetzt. Ach so, ach ja. Gut. Jetzt stecken drei. So. Ach, die Musik kommt wieder. Okay, sie ist wieder weg. Da sind Matches. Und da ist wieder ein Messer. Ne. Geh weg von dem Messer. Das Messer sieht so aus, als ob das noch benutzt wird gleich. Äh, ne. Bitte nicht. Ich hab, ne. Ich hab keine gute Ahnung. Vorahnung. Wie auch immer man das nennen möchte. Ich hab, ne. Okay. Ich hab, ne. Ich hab, ne. Ich hab, ne. Perfekt. Wir sind fast bereit, zu beginnen. Schau das Licht, kliess die Türkei und sitz neben mir. Die Türkei hat stoppt. Der einzige Weg, um zu verstehen, was mit dir passiert ist, ist, zu versuchen, tief in deine unkönslichen Erinnerung zu gehen. Die Türkei hat sich verletzt. Aber es muss noch ein Träß in dein Unkönschen sein. Ich kann dir helfen, es zu lösen. Es ist eine Herausforderung, und es ist immer ein Risiko. Sie wollen, oder Sie wollen nicht versuchen es? Ja, ich will. Geh mir deine Hand. Jetzt, abholt deine Augen. Ich möchte, dass du dein Geist öffnest und offenbar, um zu dein Unkönschen zu lassen. Und ich bin da. Das ist es. Wir sind noch zusammen. Lukas, bist du da? Ja. Ich möchte, dass du nach dem Restaurant zurückkommst. Just bevor die Erinnerung beginnend. Evacuiert alle Erinnerungen der Erinnerung. Und wundere frei durch deine Erinnerung. Wo bist du, Lukas? Ich bin außerhalb der Restaurant. Ich möchte, dass du nach dem Restaurant in die Erinnerung bist. Ich bin außerhalb der Restaurant in die Erinnerung bist. Was hast du gesehen? Ich sehe einige Kunden. Und ich sehe die Arbeitress. Kannst du sehen, wo du sitzt? Ich bin schauen. Da ist ein Polizistiker. Er sitzt auf der Kante. Konzentriere, Lukas. Ich bin außerhalb der Kante. Ich bin außerhalb meiner Kante. Aber es ist empty. Du hast noch nicht da gekommen, und da bist du da? Ja, ich habe. Mein Essen ist bereits auf der Kante. Ich glaube, dass ich ihn habe. Ich bin außerhalb, Lukas. Ich bin außerhalb, Lukas. Ich möchte, dass du mir genau wo du bist. Ich bin in der Restaurant. Und so ist der andere Mann. Und was er macht? Er ist urinatet. Er ist nichts. Und du, Lukas? Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht sehen. Ich bin nicht sehen. Ich bin in der Kante. Ich bin in der Kante. Oh mein Gott. Ich stehe ein Knife. Er sieht mich nicht. Entschuldigung, Lukas. Entschuldigung. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht kontrollieren. Ich kann mich nicht kontrollieren. Ich bin hinter dem Mann. Er sieht mich nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht, aber ich kann mich nicht verhören. Ich möchte nicht, Lukas. Ich möchte, dass du re-entern in der Restaurant. Aber jetzt... Es ist früher zu gehen in der Toilet Stall. Entschuldigung, Lukas? Bevor... Where are you now? I'm in the restaurant dining room again. Are you sitting at your table? Yes, I am. I can see myself. What are you doing, Lukas? I'm eating. I'm eating and reading a book. A book? Yes. Shakespeare. The Tempest. What else do you see? As I told thee before, I am subject to a tyrant. A sorcerer, that by his cunning hath cheated me of the island. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it not? Yes. Someone's coming toward me. A man. Who is it? A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does he say to you? I... I... I don't know. I can't remember. You must concentrate, Lukas. You need to remember. It's one of my favorite books. A shame so few people read Shakespeare these days. Would you mind if I sat down for a moment? Ah, it's just that... The man sat down at my table and... Now the waitress is coming. Sir? A coffee, please. The waitress. It's as if she didn't see the man. Like he was invisible. So much has been written about the Tempest. Especially concerning the theme of... Magic. And now... What's happening, Lukas? I... I don't know. The man gives off a very strange energy. It's hard to describe. Go on, Lukas. What happens after that? Do you believe in the power of magic? No, I don't. Listen, um... You're wrong. You know there's much more to our universe... Than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Thanks, Kate. The waitress has brought him his coffee. But she's talking to me as if I was the one who ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see him. And now, what's happening? Listen, I don't want to be rude, but I'd rather eat alone. Master. 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 I'm paralyzed. I can't feel my body. I can't move. The man, Lukas. Where is the man? He stood up. He's gone out. He's in my head now. He controls me. Follow the man, Lukas. Hurry. I command you to follow that man closely. He's going out the rear door. Follow him. Your mind and his are now linked. You can see what he sees. You can see what he sees. You know who that man was, don't you, Agatha? No. I don't know. I'm not sure who he is. Yes, you do know who he is. You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Agatha? Tell me what that man's done to me. You should go now, Lukas. There's nothing more that I can do for you. You could at least explain what the hell's happening to me. He made me kill a man. I want to know. I need to know. I have to verify certain things. There's nothing more I can tell you today. Come back tomorrow night at the same time. I'll explain more then. Training Sergeant Mitchell? That's him. In the second to last row. Thanks. Okay, also hat uns ein unsichtbarer Mann befohlen, den Kerr zu töten. Aber warum haben wir den als, als wir durch, als dieser unsichtbarer Mann, dieser, dieses unterbewusste Ding oder der Geist oder was auch immer das sein sollte, warum haben wir den toten Mann, den die Leiche, der rumstehen sehen auf der Straße? Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Weil ich meine, er hat uns doch in dem Moment erst befohlen, den zu töten. Und dann begegnet er uns sofort auf der Straße? Na ja, gut. Eine Bewertung wäre schon nett und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.